Hey YouTube, hier ist PokéBeatTV. Wir melden uns zurück mit einem weiteren verzweifelten Versuch. Ich hab's langsam satt, das immer zu sagen. Dieses blöde, mittlerweile wirklich, dieses verkackte Muto im Glas. Sorry, dass wir hier so vulgär werden. Wir probieren es jetzt einfach mal hier rauszuziehen. Das wird allerdings Bruderherz machen. Ich kümmere mich derweil um die Gaslord GX-Box. Ja, wir haben sie bereits auf Deutsch geöffnet auf dem Kanal. Wir wollten sie jetzt nochmal auf Englisch öffnen. Mal gucken, wie da dann so die Pull-Rates sind. Ja, ja, ja. Jetzt sag's doch einfach ehrlich. Das war einfach ein verdammtes Schnäppchen. Mann, ja. Und es war ein verdammtes Schnäppchen, weil ihr werdet euch totlachen vielleicht, aber wir haben für dieses Ding genau 10 Euro bezahlt. Und das war eigentlich ein Angebot, das kann man sich nicht entgehen lassen. Anderes kleines Ding an dieser Kiste ist, dass unser lieber Abonnent PokéColin damals gefragt hatte, ob wir die Karte denn tauschen wollen. Jetzt ist es soweit, wenn du möchtest und für dich die US-Version auch in Ordnung ist, stehen wir da einem Trade absolut offen gegenüber. Ja, apropos Trades. Zu diesem Zeitpunkt vielleicht haben wir schon unsere offizielle Half-and-Wand-Liste veröffentlicht. Ihr könnt jederzeit gerne mit uns tauschen, alles was wir da in diese Listen eintragen, weil wir würden auch die Briefe, die ganzen Trades, die wir bekommen, die werden wir auch unboxen. Ja, also wenn ihr das seht, schaut mal nach und wir sind für alles offen. Ja, und wenn ihr Bock habt, dann los damit. Wir machen es jetzt so. Sonnemond 3, Sonnemond 4, Fates Collide und natürlich das Beste zum Ende. Save the best for last. Mal gucken, ob uns diese Kiste enttäuscht oder wir den wirklich geringen Kaufpreis von 10 Euro da sogar wieder rausholen können. Mal schauen, wir haben eine Feen-Energie. Weakness Policy. Ein Heapmore. Curlier. Rhyhorn. Hoothoot. Ein Merrill, aber nicht irgendein. Es ist ein gestricktes Merrill. Ein Porygon. Ein Charmander. Reverse Sock. Und die Rare, ein Persian. Das Design sagt mir witzigerweise nichts. Doch, das haben wir schon. For real? Ja. Okay, ja. Ja, kann sein. Wir haben hier so viele Karten rumliegen, so viele Gedöns. Schmutz da weg. Dann haben wir eine Steel-Type Energy. Ein Lairon. Ein Gladeon. Chinchino. Ein Staryu. Cagneyer. Ein Ghastly. Aeron. Alolan Geodude. Reverse Psychic Memory. Und die Rare. Ein Bohr. Jetzt kommen die beiden schönen Packs. Einmal Fates Collide aus dem XY-Zyklus. Geil. Sehr cool, ja. Sehr cool, ja. Wir haben ein Duosism. Ein Kangastun. Chinchino. Ich will wieder dieses Viech. Solosis. Ein Snivy. Ein Snowball. Ein Snowball, was ich ein sehr komisches Design finde. Irgendwie versteckt sich. Anfangs denkt man, der hockt bei jemandem und guckt unter den Rock. Aber das ist gar nicht so, weil das ist irgendwie eine Tischdecke. Vielleicht ist das Scheiße gebaut und versteckt sich jetzt. Schau mal, da liegt überall zerbrochenes Zeug. Ja, das kann gut sein. Ein Spinnacle. Ein Meowth. Die Reverse ist der Fairy Garden. Und die Rare. Ein Explod. Cool. Nun hallo. Nun hallo. Natürlich, was denn sonst? Ja. Last Pack Luck. Vielleicht mit Evolution. Ja. Ich befürchte, nein. Ach, sagt das sowas. Passt zur Tagesform. Dann gucken wir nochmal, was wir so haben. Ja, mein Koffing. Revive. Hier kommt Team Rocket. Secret Rare Trainer. Ein Gastly. Dicklet. Radadada. Dann haben wir ein Charmander. Eine Psychic Type Energy. Potion. Bruderherz hat gerade neben mir mit der Steve gewackelt, also ist dahinter irgendwas. Oh, Misty. Determination. Full Art Trainer. Ich habe es gesehen von der Seite. Habe ich den goldenen Rand gesehen. Und Evolution lässt uns nicht hängen. Nein. Zumindest Evolution. Cool. Ich lasse dir mal den einen Pull, den ich hatte, lasse ich dir mal liegen. Lass mir den einen Pull mal liegen. Es geht weiter mit der Schimmerlegenden Pikachu Pinden Collection. So, und jetzt geht es los. Ich bin heiß. Mewtwo, du kannst dich jetzt nicht mehr länger verstecken. Geht nicht. Wenn ich daraus jetzt einen Ride-Shoot ziehe, schmeiße ich mich offiziell vom Balkon. Okay. Wir haben das live auf Video, live im Internet. Das Internet vergisst nicht. Ja, stimmt. Ja. Sarkasmus. Schauen wir mal. Zumindest gibt es einen schicken Pikachu-Pin für die Pokémon-Haftzeit. Ja. Ein weiterer. Und eine richtig schicke Pikachu-Promo-Karte. Ja. Na, immerhin. Na, gib mir nochmal den Müll. Ja, hier. Hast du schon mal den Sleeve? Dankeschön. Müll. Okay. So, hier haben wir einmal den Pikachu-Sleeve. Äh, Sleeve. Pikachu-Pin. Ja. Also, ich schätze mal, jetzt haben wir in letzter Zeit genug Witze drüber gemacht. Pokémon-Haftzeit. Ja. Ja. Nicht Schrank. Nicht Schrank. Genau. Einmal die Pikachu-Promo-Karte. Sehr schön. Und. Drei Booster Schimmende Legenden und ein TCG Oak Road. Müll für dich. Danke. Schimmende Legenden für mich. Und es geht los. So. Wir haben einen Pokémon-Fänger. Kleopada. Imperator. Kani-Mani. Bisasam. Pikachu. Flunschlik. Rettan. Die Reverse-Impact ist ein Felilu. Und die Rare-Impact ist ein Hooper. Allerdings ein ziemlich gut spielbares Hooper. Ja. Wirklich. Eine der besseren Holos, die man so ziehen kann. Ja. Wenn man das Spiel auch tatsache spielt. So. Hast du dich gespoilert? Ja. Schon wieder? Wie machst du das immer? Ich weiß nicht. Irgendwie ist dann so der Rand dann da. Hm. Der Randrandrandrand. Na, vielleicht ist es ja endlich mal... Nein. Raichu GX. Ja. Also, leck. Na ja. Komm, Scheiß drauf. Kannst du ehrlich, zieh sie raus. Soak GX. Geil. Ja, das freut mich dann doch. Soak ist cool. Ja, ist auch nice. Cool. Schöne Karte. Ja, absolut. Willkommen zum Speed Opening bei Vorkivit TV. Nee, Junge. So. Ist auf jeden Fall besser als alles, was wir in der letzten Kiste da mal gesehen haben. Ja, stimmt. Gut. So, es geht weiter mit einem Energiezugewinn. Yes. Cleopada. Ramoth. Flamio. Balderfisch. Knils. Golbit. Fehlilu. Die Reverse Impact ist ein Latios und die Rare Impact ist ein Shaman. Oh, cool. Ein Shaman. Oh, wow. Nice. Ja, liebe Leute. So ist das mit Schimmendelegenden. Unser bester Pull ist Miesel. Also Miesel ist Entschlossenheit heute. Schöne Karte. Ja, soak GX auch. Und soak GX ist auch eigentlich ein Highlight. Ist mittlerweile eine der besten spielbaren Karten. Noch. Ja, ansonsten, ihr kennt das Übliche. Lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen runter, wenn nicht, das ist auch okay. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Start in den Tag. Einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Und ciao. 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 Ciao.